Hi, ich bin Max und ich arbeite für FarmBill. In diesem Video werden wir dir eine kurze Einführung geben, was FarmBill ist und wie wir mit Obstbauern weltweit zusammenarbeiten. Also, was ist FarmBill eigentlich? FarmBill ist eine nutzerfreundliche App, die speziell für den Obstbau entwickelt wurde. Unser Team ist Miteigentümer von Norwegens größtem Obstanbaubetrieb. Darum haben wir auch nur ein bisschen Erfahrung, wie Obst- und Beerenanbau eigentlich funktioniert. Unser Ziel ist es, eine nutzerfreundliche App als digitales Werkzeug für dich als Obstbauern zu entwickeln, um dir so die volle Kontrolle über alltägliche Aktivitäten in deinem Betrieb zu geben. Mit der App kannst du bereits jetzt Zeitaufwand für Papierkram und Dokumentation wie zum Beispiel den Pflanzenschutz reduzieren und aber auch deine Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Beratern verbessern. Als Obstbaumeister kannst du jetzt deine Berater und Mitarbeiter in deinen Betrieb in FarmBill einladen, Notizen mit ihnen teilen und Arbeitsaufträge delegieren. Funktionen, die wir bereits entwickelt haben, erlauben es dir, einfach deine Flächen und Schläge einzuzeichnen, Arbeitsaufträge wie Pflanzenschutz zu planen, zu berechnen, zu delegieren und nachzuverfolgen, das ganze automatisch in dein Spritztagebuch zu überführen, Ernten zu dokumentieren und natürlich im Alltag Notizen von Begehungen, Beobachtungen einfach zu erfassen und zu teilen. Arbeitsaufträge, die du bereits anlegen kannst, beinhalten das Spritzen, die Düngung und die Fertigation. Außerdem kannst du ganz einfach deine eigenen Arbeitsaufträge wie zum Beispiel für den Baumschnitt und das Ausdünnen anlegen. In Zukunft planen wir Spritzbucheinträge automatisch in Berichten zu exportieren, andere Datenquellen wie Satellitendaten, Bodenanalysen und Wetterstationen zu integrieren und Obstbauberatern ein einfaches Tool zur Planung für den Obstbau zu geben. Wir glauben, dass unsere App nur mit dir zusammen entwickelt werden kann. Deshalb verbringen wir jetzt so viel Zeit wie möglich im regen Austausch mit Obstbauern und Obstbauberatern weltweit, um zu lernen und zu erfahren, welche Funktionen dir in deinem Alltag einen wirklichen Mehrwert bringen können. Farmer ist kostenlos. Wenn du neugierig bist, lade die App in deinem App Store herunter, lege deinen Betrieb an und probiere die Funktion, die wir bereits entwickelt haben, jetzt aus und gib uns deine Rückmeldung. Bis zum nächsten Mal.